Ah, da seid ihr. Vielen Dank nochmals. Bitte kommt mit. Warum bist du so interessiert bei ihnen? Es ist nicht deine Gildade, also warum nicht einfach es sein? Siehst du, wir wurden von Palastrale verabschiedet, um die Ruins auf dem Kolosseum zu verabschieden. Huh. Ja, um zu denken, diese Stadt sollte es super alt sein. Wenn jemand anderes zu kontrollieren würde, wäre es für die Entelekeia gefährlich. Entelekeia, was? Oh, ja, meine Entelekei. Sie wissen nicht von ihnen? Ich habe gehört, dass sie die ähnliche Räste haben, die diese Stadt gebaut haben und die Gildade zu sein. Eine ähnliche Räste, oder? Wie die Kritia? Okay, also wer ist dieser Mann, der versucht zu rocken das Boot hier? Er ist der Champion des Kolosseum. Huh? Was sagst du? Er ist ein Mann, der in den Touristen hat, um direkt an Palastrale zu nehmen. Seine Konsekturien haben ihn nahe, um Beliis. Dieser Mann ist sehr gefährlich. Wenn er nicht so schnell eliminiert wird, glaube ich, dass Beliis... vielleicht... Also, als er gewinnen kann, Paul Astrale nicht ihn ausfügt, sogar wenn sie wollten. Also, eine lange Geschichte, du willst uns in den Touristen und ihn verletzt, oder? Ja. Aber bitte, forgive meine Frage. Warum hat er nicht so gesagt gesagt? Er ist sicher, dass dieser Mann wirklich wirklich versucht, um das Kolosseum zu nehmen? Natürlich! Und er wird... ...verrückt durch... ...Leviathan's Klau. Leviathan's Klau planiert, um das Kolosseum zu nutzen, um... ...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu. Um...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu...zu was ich wirklich will. Was ich wirklich will. Ich... Ich bitte Ihre Entschuldigung. Ist das eine schwierige Entscheidung für Sie alle? Es gibt keine schwierige Dinge. Was bedeutet das? Wir werden es tun, nicht wahr? Wir haben jetzt die Geschichte gehört. Genau. Als Gilde, das vielleicht nicht etwas, was wir einfach nicht ignorieren können. Also, wer wird in den Tournament gehen? Nein. Wir können nicht erstelle, Rita oder Raven teilnehmen. Nach allem, das ist ein Job, die Vesperia für Ruins Gate. Okay, so? Keine Gefühle, aber ich würde lieber nicht gehen gegen Judy. Hm? Und ich war gerade bereit, um zu innen. Oh, naja. Ich glaube, ich kann das hier rausziehen. Der Boss hier sollte sich nicht mit diesem Problem beschäftigen. Also, dann geht es mir, dann. Ähm, genau. Also, du, 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 du? Natürlich. Bezüge den Champion wird gut für unsere Gilde. Es ist nicht ein schlechtes Problem für uns überhaupt. Ja, du bist richtig. Ich verstehe. Also, bitte, proceed in die Registration, wenn du bereit bist. Jetzt gehe ich erst nochmal speichern. Sonst muss ich mir den Dialog nochmal geben, wenn ich verliere. Und ich denke, jetzt besiegen wir den noch und dann machen wir Schluss für heute. Dann haben wir erstmal genug aufgenommen. Ich weiß nicht, der Plot von Tales of Vesperia entwickelt sich so langsam. Ich meine, Lightning Returns hat keinen Plot und Tales of Vesperia entwickelt sich. Ja, möchtet ihr im Wettkampf teilnehmen? Ja. Bitte kommt herein. Du hast dich von allen getrennt. Ladies and gentlemen, welcome to the brutal battles of the Nordapallica Colosseum. First off, let's go over the rules of the tournament. This is a single elimination tournament. No second chances here. If a fighter makes it through three thrilling rounds, he or she will then challenge the champion. Fighters, if you best are champion in the ring, not only will you receive a fantastic prize, but you'll also take the position of champion. And now, on to the first fight. Yuri, good luck. You'll do great, Yuri. Try not to hurt yourself. I wanted to fight. You're still going on about that? Look at all these people. This should help advertise our guild nicely. In today's first fight, a new face in the Colosseum. Hailing from the new guild, Brave Vesperia, please welcome, Yuri Rowe. His opponent, a former knight turned political activist, with a prison record to boot, Gigantus Erringar. A Lengar! One of battle-hardened fighters, one of fledgling youth. The outcome looks set, but is it? Welcome to the crossroad between heaven and hell. Our first fight is on! Fight! Hold still. Ich werde das schnell machen. Ich denke, das war ein guter Warm-up. Ich hasse das, wenn man Vor- und Nachnamen den selben Ufstaben hat. Das ist, Yuri Lowell! Don't let your guard down, young warrior! The battle has only just begun! Knock your opponent down to the gates of Hades! Second round! Fight! Get ready! I'm taking you down! Take this! Ah, das ist ein bisschen viel, oder? Ananas-Gummi? Wo sind denn die ganzen anderen normalen Gummis? Äh, stellt die maximale TP wieder her. Ich will KP, oder? Oh. Oh! blablabla ist in ordnung jetzt ja danke endlich Kugel der Macht und Schwert erhalten. Lass mich raten, Schwutti. W-what do you mean? It's the hot crowd with the steely gaze! Flynn! Shifo! The fuck? Yuri? What are you doing here? Huh. So you're the evil villain who's trying to take over the Coliseum. Very funny. Want to tell me what you're talking about? Huh. So we're being used. It seems that way. Men of the Coliseum! Let the flames of your valor burn bright! It's time for the final showdown! Can we win the fight at all? Can we win the fight at all? Aren't you cutting it a bit close? Hey, these people didn't pay good money to see a rigged fight. You could at least ease up a little. Like you're having any trouble blocking me. Oh, now is this a scripted fight. You know, knightly duties and such. Afraid that's all I can say. Since when is becoming the champion of the Coliseum a duty? Especially for a captain of the knights. I'm not at liberty to say. I think it's great you're taking your promotion so seriously. But be careful you don't bite off more than you can chew. You're the one taking this seriously. It's been a while since I've seen you enjoy anything this much. And don't you think it's about time you returned her highness? You'll have to take that up with the lady herself. Her highness tends not to listen to the things I tell her. Her highness is not particularly fond of taking my advice either. Oh no. I knew that she was coming. Yuri, you've managed to stay alive long enough for me to kill you. Now let me show you my thanks. Ha ha. Hate to disappoint you, but I got other reasons for sticking around. You are the only man ever to make me bleed. And I swear that you will die by my hand. Man, why not do something a little more productive with all that energy? What's this? Whoa! What is that? Oh, it's a blastia! I can't believe he tried to use it like that! I've got a bad feeling about this. That blastia. Judith! Hey, what are you doing? What could this mean for the tournament? Oh, screw this! I'm out of here! How do you like my arm? You did this to me. And now I'll use it to destroy you! Ha ha ha! Yuri! Come, Yuri. Let me show you my new toy. Now you're starting to get on my nerves. Um... Now you will meet your doom! That arm alone isn't gonna win this for you. Ha ha ha! You're all just jealous of my arm! You should really use that tenacity for something more productive. Ha ha ha! Worship me! Fear me! Let me feel your rage! Alter, it's so fast! Alter Schwede! Ähm, der geht krank ab. Also so richtig krank ab. Ähm, Moment mal. Ähm. Und da fällt mir ein, wir könnten eigentlich auch noch hier ein magisches Aura auf ihn einsetzen. Level 30 ist der. Also wir sind auf jeden Fall nicht unterlevelt. Und... Ja... Er hat halt... Nicht wenig leer. Ja, ja, ja. Das hängt hier irgendwie fest in der Ecke, das ist kacke. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, das war's. ähm... Dings? Brauch jetzt erstmal... Ananasgummi. Kann sie nicht schmeißen? Ich find's auch toll, dass Flynn die ganze Zeit unternehmend steht und nichts tut. Ich werde dich nicht mehr machen. Judith, du bist ein bisschen schrecklich. Oh, ich fühle mich so stark! Oh, es ist aus seinem Kontrollen! Das ist das, wenn er es so benutzt. Diese Blastia ist nicht so, was ich wollte! Die Blastia! Was machen sie hier? Sie sind hier gehalten, um in den Tournamenten zu nutzen. Dieser Schock gerade jetzt muss die Blastia des Blastias, die sie enthalten hat. Er ist weg. Verdammt! Ich glaube, wir müssen uns die Blastia zu beschäftigen. Dann wollen wir mal. Ja, immerhin werden wir dazu gezwungen zu leveln. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Ähm. Lassen wir es mal so. Ah, hier ist auch ein Monster. Ich muss sagen, die Monster werden irgendwie aggressiver, kann das sein? Also es fühlt sich zumindest so an, als würden die immer aggressiver werden. Der hat Jäger gelernt. Mehr zu sprechen, mehr zu kämpfen! Was? Hey! Was ist passiert? Kann diese Boxen passieren alles? Er! 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 Wer? Er! ... Judith und Repeat sind weg... NOOOOOOIN! Ehm... Geben wir Rita noch mal ne Chance. Schön, dass sie gar nichts mitgekriegt haben von dem ganzen Stress drin. Um.. Uh.. Um.. Um.. Was? Aber warum würde Regé... Denkst du er uns auf? Es sieht so aus. Er hat uns benutzt, um Flinn zu verabschieden. Verabschieden? Entschuldigung. Es sieht nicht aus, dass er hier wiederholfen, um irgendwelche Prinzess zu verabschieden. Er würde nicht durch das Problem gehen, um in den Tournament zu gehen. Also, was könnte es sein? Eine gute Frage. Whatever es war, ich bin sicher, dass es für Regé zu verabschieden war. Aber Regé war so politisch. Er war nicht so politisch, als er mit dem Fall war. Das könnte sagen, dass Ruin's Gate nichts mehr als eine falsche Front. Aber was könnte er mit dem Fall sein? Was war das Crystal Clear Ciel? All das wissen wir jetzt, ist, dass etwas in dieser Box macht meine Magik all Haywire. Ich habe nie verloren, von meiner Bodhi Blastia wie so. Okay, alles wieder gut. Okay, alles wieder gut. Hm. Was? Sie haben statt ganz normale Kleinwohn tragen. Und dann haben sie sich Wüstung angelegt. Okay, wir können nicht übernachten. Aber trotzdem, die große Verfolgungsjagd findet erst beim nächsten Mal statt. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden aufgenommen. ganz viele tolle neue Sachen erlebt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn's wieder heißt Let's Play Tales of Vesperia. Bis dahin. Tü-tü. Tü-tü. Tü-tü.